EUFRAME ist ein Echtzeit-Strategie-Spiel. Was macht es neu im Genre? Wir fokussieren uns sehr auf Koop. Das ganze Spiel ist konzipiert als 2 gegen 2 Spiel. Du spielst mit deinem Freund oder einem KI-Kollegen und zusammen versucht ihr verschiedene Objectives auf der Map zum Beispiel zu besiegen. Das heißt, es gibt neutrale Bosse, die man zu zweit besiegen kann. Der zweite Kurve-Aspekt sind die Helden. Die Helden sollten auch immer aufeinander abgestimmt sein. Das heißt, wenn einer von den Helden viel Schaden macht, aber dafür wenig aushält, sollte vielleicht der andere Held diesen Held gut beschützen können. Das zusammen sind zwei Kurve-Aspekte und der dritte Koop-Aspekt sind unsere Rollen. Das heißt, unsere Spieler können am Anfang vom Spiel eine Rolle auswählen, die sie gerne erfüllen möchten. Im Moment sind das die Rolle des Tanks, des Damage-Dealers und des Supporters. Wir haben natürlich eine Single-Pair-Campaign. Konzipiert ist sie allerdings für Koop. Das heißt, wenn man sie zu zweit spielen möchte, wenn man einen Kollegen hat, wird es glaube ich richtig exzellent. Wenn man keinen Kollegen hat, mit dem man spontan eine Kampagne spielen kann, dann kannst du auch immer noch eine KI adden, genauso wie du es im Scrummish machen kannst. Und die wird dann genauso agieren und helfen, wie es halt ein normales Spiel macht. Und die wird auch nicht groß eingreifen in die Story oder so. Man kann die Kampagne auch selbst erleben für sich. Ich glaube, Warcraft ist jetzt, ich weiß nicht wie viele Jahre alt und sie balancen immer noch. Und das zu einem guten Grund. Also es ist zu Recht, weil es ist halt nie, nie finished, sag ich jetzt mal. Wir haben ein Grundbalancing jetzt drin, das uns relativ gut gefällt, womit wir schon relativ zufrieden sind. Aber wir wissen, dass wir in den nächsten Monaten und Jahren tatsächlich immer wieder daran arbeiten werden. Und das ist uns bewusst. Das ist speziell auch mein Thema. Da muss ich sehr viel noch dran machen. Vielen Dank.